Vom Wonnemonat Mai war bisher eigentlich wenig zu spüren. Auf einen Tag Sonnenschein und Wärme folgen wieder Kälte und viel Regen. So war das zumindest diese Woche. Die Region am Untermain hat mit einem starken Unwetter am Donnerstag besonders hart erwischt. Die Kahlgrundbahn fährt seit heute wieder, auch die Straßen sind frei. Allerdings regnet es auch wieder. Tausend Sandsäcke liegen bereit, denn weitere Hänge drohen in Mömbres abzurutschen. Was das Wetter angeht, hatten die Veranstalter und Besucher der Blauen Nacht in Nürnberg gestern riesiges Glück. Bei milden Temperaturen ließ es sich wunderbar durch die Stadt flanieren. Auch wenn das Motto in diesem Jahr vielleicht eher eine Irrfahrt vermuten ließ. Es lautete nämlich Odyssee. Papier, bedruckt, beschrieben oder auch bemalt. Wir lernen darauf lesen, schreiben und rechnen. Erhalten Mahnungen und vielleicht auch Liebesbriefe. Tagtäglich halten wir es in den Händen. Doch nur selten schenken wir dem Papier die nötige Aufmerksamkeit. Werfen es einfach achtlos weg. Das könnte sich nach unserem nächsten Film ändern. Ja und wann sich Stadt und Bürgerverein zusammensetzen, ist im Moment noch unklar. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Jetzt schauen wir nochmal zurück auf die Woche, die Kurznachrichten. So sah ein Finanzamt vor 500 Jahren aus. Eine Bauernfamilie liefert im Haus des Steuereinnehmers persönlich Geld und Lebensmittel ab. Ein Bild aus der neuen bayerischen Landesausstellung Ritter Bauern Lutheraner. Das Haus der bayerischen Geschichte lässt auf der Feste Coburg die Zeit Luthers und Dürers lebendig werden. Morgen ist Eröffnung und die Besucher können sich auf kostbare und ungewöhnliche Exponate aus vielen europäischen Sammlungen freuen. Die neue Ausstellung anlässlich des Lutherjahres läuft noch bis 5. November. Toll, wenn man so ein schönes Kino gleich ums Eckrum hat, oder? Wie sieht es aber auf dem Land aus? Dort, wo das nächste Kino vielleicht 60 Kilometer entfernt ist. Bleibt da dann nur das Sofa und der heimische Fernseher? Nein, denn es gibt Klaus Knaut und der macht Kino fast überall möglich. Ja, und was ist morgen so in Franken los? Die Kollegen von der Frankenschau aktuell berichten über die Medizin. Und es war die Frankenschau. Wir verabschieden uns mit Bildern von der Blauen Nacht in Nürnberg. Starten Sie gut in die neue Woche bis zum kommenden Sonntagabend um dreiviertel sechs. Ade. Bamberg, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. Können Sie die Leidenschaft in Sachen Papier nachvollziehen? Ja. Machen Sie das handschriftlich oder auf dem Computer? Ich habe immer so ein Bringer, der die konkrete Poesie letztendlich mit ins Laufen gebracht hat. Da war so der Weg, Ihr Weg eigentlich ein bisschen vorgegeben. Wir schauen mal rein. Und durch die Krise, die ja mittlerweile versagt, dass Sie sowohl fördern, als ich wollte, auch eben dadurch, dass ich jetzt diese Arbeit meine ehemaligen Schulkollegen auch alle antworte. Von großen Konzerten und Festen wird immer mehr zum Drahtseilakt. Egal ob in Berlin, München oder Hamburg. In Bamberg war die Anspannung wohl so groß, dass die Organisatoren der Sandkerber jetzt die Reißleine ziehen wollen.